Na? Okay, hier ist nichts mehr. Dann müssen wir da rein, ins Fenster. Ja, Andrea, alles gut. Geht es von der Qualität eigentlich, von der Streamqualität? Weil da hatte ich anfangs auch Probleme, dass es zu verpixelt war. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Okay, es sieht aus, als wäre es eine Bar. Entweder haben sie sich alle nackig ausgezogen, sind davon gerannt oder irgendwas anderes ist mit den Klamotten passiert oder mit den Leuten. Da kann man sich ja die wildischen Fantasien ausmalen, was hier passiert ist. Ah, okay, alles gut. So, da kann man sich durchzwängen. Ja, das geht. Aha. Da hatte einer zu viel Fernsehauflager. Ja. Nicht da drauf. Was ist denn das hier? Sind das Dosen da drin? Keine Ahnung. Ah, Räuberleiter. Verstehe. So, wie kommt sie jetzt hier rüber? Sie wartet, denke ich, auf mich. So, ich weiß, ich muss hier an den Schlupf springen. Ja, ja, ja. Ähm, war was? Ich habe den Abgrund nicht gesehen. Ja, ja, ist er gut. Ja, Arib, genau. Äh, hm, nee, ich glaube, da drauf springen, das muss ich nicht. So, nochmal. Diesmal habe ich die Taste nicht gedrückt. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt. Ja, genau. Das macht schon eher Sinn. Zack. Ha, sehr gut. Ja, sofort. Sofort. Komm, wir machen. Das müssen wir sowieso machen. Hallo. Expressaufzug nach oben. Und nü. Ja, ich komme ja schon. Bin ja schon auf dem Weg. Alles gut. Ach, da ist wieder so einer. Ich habe jetzt hier Schiss, ein bisschen näher an die Wand zu gehen, weil ich weiß nicht, ob da noch eine Lücke ist und nicht runterfall oder... Ich glaube, da muss ich sowieso nicht hin. Ne, da muss ich nicht hin. Hallo, lass mir mal durch, bitte. Ey. Danke. Ernsthaft? Mist. Komm mal wieder hierher. Ich brauche deine Hilfe. Bitte komm mal hierher. Ich hoffe, sie ist nicht verpackt wie vorhin. Ah, funktioniert. Sehr gut. Zack. So, dann mal herüber. Da müssen wir echt aufpassen, dass man hier die richtige Stelle findet. Zack. So, sehr schön. Da drüben geht es nicht weiter. Was? Was wollen die uns hier damit sagen? Da hat sich... Guck mal, da hat sich... Da hat sich ein Hosenanzug aufgehängt. Sorry. Das ist doch richtig doof. Jetzt. Jetzt kann ich den Fernseher ausmachen. Ich glaube, der tut mir nicht gut. Kann ich den Stecker ziehen? Ich glaube, ich muss mit dem... Ich bin mit dem Hut voraus. Ich verstehe. L benutzen. Zum Einstellen der Set... Das ist das vom Intro. Das habe ich im Intro gesehen. Diese Tür mit dem Auge da vorne. Und dieser verschobene Gang. Tja, das kommt davon, wenn man zu viel fern schaut. Gut. Da kommt man viereckige Augen. So. Als wäre nichts gewesen. Äh. Ups. So. Mit Fernsehern und so haben sie es ja. Fernseher, Schuhe und Klopapier. Okay, hier scheinen wir wieder mit Räuberleiter weiter zu kommen. Gucken wir mal, was da hinten noch ist. Wahrscheinlich wieder nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. So. Probieren wir es hier gerade nochmal. Geht es hier? Ach nee, ich muss das Ding hier wegschieben. Alles klar, Herr Hörnchen. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Was ist das denn hier? Sieht aus wie eine Schule. Oder Kindergarten oder was auch immer. Eine Schaukel. Yay. Ich glaube, wenn es uns interessieren, kann man hier zusammen... Kann man da wippen? Geht es? Wäre jetzt witzig, wenn es gehen würde hier. Sie auf der anderen Seite, ich da drüben und dann könnten wir hier wippen. So. Ey, Fußball. Auf geht's. Kann ich ein Tor machen? Ah, super. Ey, super. Warum steht sie da jetzt so rum? Muss ich da hoch? Wir gucken uns mal noch weiter um. Das ist ein relativ großer Hof. Schulhof. Wenn es ein Schulhof ist. Sieht mal so aus. Oh. Da ist wieder so einer. Okay. Da ist ein Auge. Hat das auch was zu heißen hier? Diese... Diese aufgemalten Augen. Hm. Nein. Okay. So, was liegt denn hier rum? Was ist das? Was war das? War das ein Hut? Ich kann mal schauen. War das ein Hut? Tatsache. Ah. Komm, wir nehmen mal den Hut. Auch gut. Auch gut. Ein neuer Hut. Ah. Guck mal. Da. Komm mal rein. Na. Hallo. Ich möchte hier hoch. Danke. London. Was ist denn das für eine da drüben? Ein Bild von der Oma. Oder von der Lehrerin. Ich habe keine Ahnung. Hallo. 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 Ah. Mal guckt euch das an. Das sind jetzt schon mal Schuhe. Die kommen eher in unsere Richtung. Da brennt was. Können wir das da rein werfen? Einfach nur um zu testen, ob es überhaupt geht. Macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, aber einfach mal gucken. Fast. Egal. So. Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Hebel. Das sieht aus wie... Also die Bilder, die, ne? Sehr vertrauenserweckend. Ich weiß, ich muss bestimmt den Hebel ziehen, aber ich will erstmal gucken, was es hier wieder gibt. Wie jedes Mal. Ah. Aha. Betten. Was haben wir denn hier? Nichts. Also ich komme hier nicht hoch. Kann ich hier irgendwie wenigstens... Alles klar. Ja gut, okay. Ich kann mich hier festheben, aber hoch komme ich hier nicht. Räuberleiter funktioniert hier scheinbar auch nicht. So. Was haben wir hier? Das hier, was da rumliegt. Ja genau. So kennen wir... Ja. Das... Ich weiß nicht, das ist bei mir schon immer so drin. Egal welches Spiel. Wenn es irgendwie ein bisschen weitläufiger ist. Überall. Erstmal alle Ecken. Deswegen, ich glaube, ein Open World Spiel im Stream oder als Let's Play bei mir. Das wird sich so dermaßen in die Länge ziehen. Ich glaube nicht, dass das so toll wäre für den Zuschauer. Ähm. Jetzt hat sie was aufgehoben, aber warum? Was machst du damit? Hallo? Sag mir, was du vorhast. Oder auch nicht. Hm. Ich gucke gerade, ob man diesen Koffer aufmachen kann, aber das geht scheinbar nicht. Ich... Hier sind lauter solche Würfel mit Augen drauf. Muss ich hier jetzt irgendwas zusammenbauen, dass ich irgendwo hochkomme? Nee. Scheinbar nicht. Kann ich hier... Irgendwo mit Räuberleiter hoch. Hallo Räuberleiter? Bitte? Da oben ist ein Glas. Bitte hier, ich möchte da... Jo? Hallo? Ja, setzt... Ja. Sagt schon alles. Sie setzt sich hin. Denkt, ah, lass den mal machen. Okay, äh, probieren wir's mal mit dem Schalter. Licht aus. Und hier sieht man da... Ja. Da hat wohl einer... Spioniert. Durch die Augen. Ja, aber was bringt mir das jetzt? Ich weiß jetzt, dass da hinten noch Licht brennt, hinter dem Bild. Aber was dieser Raum jetzt hier soll, würde mich jetzt auch mal interessieren. Da gibt's doch mit Sicherheit irgendwas... Das kann ja nicht sein. Das... Der Raum hat ja bestimmt einen Sinn. Jo. So, 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 so... Nö. Also... Oder ist unter dem Teppich irgendwas? Ne. Au. 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 Ei, ei, ei. Au. Na. Hallo. Hier hoch, bitte. Hallo. Dann halt nicht. Ich kann hier auch nicht die Betten hochklettern. Das funktioniert nicht. So. Also ich konnte jetzt das Licht ausmachen. Was mir gezeigt hat, dass hier hinten hinter dem Bild noch irgendwas ist. Aber mehr auch nicht. Und dann haben wir den Raum mit den Betten. Wo ich aber jetzt auch nicht weiß, was ich da machen soll. Erstmal wieder Licht anmachen. Sieht man ein bisschen mehr. Da kokelt irgendwas. Kann ich denn hier irgendwas mitnehmen? Geht auch nicht. Hm. Hm. Aha. Das sind... Wenn man so ein bisschen auf die Details achtet. Das sind solche Figuren. So richtig unheimliche. Na. Wenn man das jetzt da hinten sieht. Das ist so... Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall mit einem Gesicht und allem. Guck mal. Hier liegt schon wieder Klopapier rum. Wer hier immer Klopapier hat. Ist ja gut, wenn man welches hat. So. Ja. Warum hast du denn jetzt die Dose in der Hand gehabt? Aber... Ne? Kann ich hier irgendwas... Das Glas hier runter werfen. So. Irgendetwas drauf stellen. Ja. Aber ich weiß nicht... Hm. Hm. Ich weiß halt nicht was und wo. Hm. Na super. Irgendwas mit den Dingern hier kann ich bestimmt machen. Sonst würde das hier nicht so rumliegen. Also das Glas kriege ich ja so nicht runter. Ich muss doch bestimmt wieder hier... Ach komm mal her. Räuber leider. Geht das hier? Hallo. Nichts. Am Bild mit dem Ball. Oh. Könnt's probieren. Schauen wir mal. Oh. Guck mal. Hier ist auch noch so ein Bild. Ja. Ne. Sollst den Ball nicht wegkicken? So. Dann probieren wir es mal auf diese Art. Das kann schon sein. Also... Idee ist nicht schlecht. Eine sehr gute Idee. Dankeschön André. Ähm. Ja. Aber was bringt mir das jetzt, wenn ich hier das Licht ausmache? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ah. Okay. Hm. Ja. Ich verstehe. Das Licht ausmachen kann ich, um zu sehen, dass hinter dem Bild was ist. So. Jetzt wird ein Schuh draus. So. Okay. Hier haben sie wahrscheinlich Fesselspielchen gespielt. So. Und jetzt? Aha. Das finde ich halt cool gemacht. Einfach ein paar mal springen und dann bricht irgendwo durch. Das... Irgendwie hat das was. Finde ich cool. Will ich wissen, was mich da erwartet, da hinten? Oh. Ich dachte gerade ewig, ich fall hier wieder irgendwo runter. Schleichen! 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 Das hört sich nicht so gesund an. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, da war die Kamera jetzt im Weg. Jeden was schleicht da hinten rum. Oh, ich muss mal kurz wohin. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So. Machen wir noch kurz hier diesen da. Was haben wir denn hier jetzt noch? Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wo sind wir denn hergekommen? Wir waren jetzt da vorne, ne? Ja, danke. Ja, genau. Von da sind wir gekommen. So. Ich und mein Gedächtnis, ne? So, ich gucke gerade auf. Oh, wir haben ja schon 17.15 Uhr. So lange werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich mache jetzt hier noch bis zum, ah, ich sage nur noch 10 Minuten. Und dann werde ich auch mal offline gehen wieder. Die Zeit ganz vergessen. Jetzt werde ich nicht zocken. Aber es macht halt Spaß. So, komme ich hier hoch, irgendwo? Hm. Ups. Da haben wir doch... Okay, das war wieder nur eine Falle. Komme ich da durch? Komme ich hier durch? Es ist immer so eine Sache, da durchzugehen, ohne zu wissen, ob da jetzt gleich was runterfällt. Weiß jemand. So. Hm. Kann ich hier wieder... Hier kann ich bestimmt wieder... Das ist ja ein Vorhängeschloss. Das kann ich doch wieder raus machen, irgendwie. Das ging doch vorhin auch. Hm. Hm. Na dann, gucken wir mal, was da vorne auf uns war. Ich glaube, da ist eh nichts drin. Hm. Ich glaube, da hinten versteckt er sich doch. Ich glaube, da hinten versteckt er sich doch. Das sind sogar zwei. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich muss mal hier durchgehen. Können wir da durch? Die trollen uns doch hier. Ich glaube, die haben hier alles verbarrikadiert. Alles klar, schauen wir noch mal. Ich glaube, ich muss hier Anlauf nehmen, dann gleich hoch. Oder auch nicht. Ducken wäre vielleicht eine Möglichkeit. Genau, ducken. Jetzt bin ich mal gespannt, was die von uns wollen. Die locken uns doch irgendwo hin. Da ist doch jemand drin. Jetzt haben sie sie mitgenommen. Hey, lasst mich in Ruhe. Ja, kommt nur alle her. Legt euch nicht mit mir an. Ach, das war gut. Das war so nett geplant. Äh, der hat doch ein Frosch seziert. Da haben sie ja alles aufgestapelt. Jetzt bin ich mal gespannt. Was gibt's hier noch? Gibt's hier noch mehr? Ich hätte jetzt gerne den Hammer mitgenommen. Da ist wieder eine Tür mit Schlüssel. Wir müssen noch von irgendjemand bekommen. Oder von irgendwoher. Manche von irgendjemanden kriegen, weiß ich nicht. Da ist wieder Klopapier drin, ne? Ich sag's ja. Klopapier, Schuhe und Fernsehgeräte. Äh, okay. Klopapier, Schuhe und Fernsehgeräte. Ich glaube, ich hätte rennen müssen am Schluss. Erstmal abwarten. Ähm, André, was meinst du? Klopapier, doch. Ich glaube, ich habe gar keinen Filter drin, wenn du das meinst. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe, glaube ich, einen Bot aktiviert. Aber was der alles rausschmeißt. Kann ich dir leider, kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. So, ich schaue gerade auf die Uhr. Oh, ja. Ich wollte ja eigentlich schon um fünf Ende machen. Dann würde ich jetzt aber mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen an alle, die dabei waren. Ähm, und ich würde sagen, ja, mal gucken, wann das nächste Mal das Streamen wieder angeht. Ob es wieder ein halbes Jahr dauert oder ob es demnächst wieder ist, ich weiß es nicht. Aber danke fürs Zusehen. Ja, wie gesagt, Moment, ich wechsle mal hier auf. Oh, oh, oh. Oh, oh.